hallo dazu kommt zu einer weiteren folge hier auf meinem kanal wir spielen wieder youtubers live 1 und weiter geht's wir kommentieren gerade kommentieren gerade kommentare beantworten gerade kommentare und mani geht uns flöten ohne ende das ist nicht gut wir brauchen mann oh ja so nix schon mal 130 schon mal etwas positives veröffentlichte drei pips das ist noch ein älteres modell kann das sein das hat noch tasten so ein ähnliches habe ich tatsächlich wurde sogar komplette tastatur abgebildet ist so eins habe ich tatsächlich ich Ähm, pausier mal bitte, arbeit na, genau, ich möchte wenigstens einen kleinen Grundbetrag an Money übrig haben, äh, da, Rezept erstellen, Schweinchen, ähm, Reis und Ei, äh, ein ausgezeichnetes Rezept, Aromenschaft, okay, aber wie mache ich das jetzt, äh, mit den Rezepten, ich will die Rezepte anwenden, äh, ich brauche, muss auf jeden Fall mal ein Rezept kaufen, ich kann nicht immer nur das, den und selbe machen hier, hä, wo kann ich denn, ich verstehe das mit den Rezepten noch nicht, äh, 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 weiter, speichern, äh, 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 ä Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das irgendwie nicht. Man, wie kann ich denn meine Rezepte, die ich selber entwickle, kochen? Ich verstehe das einfach nicht. Da muss ich dazu noch irgendeinen Kurs belegen. Was kriege ich jetzt mit den Rezepten, wenn ich die Korrel nichts mehr auf die Reihe? Aber ich muss halt ein neues Video aufnehmen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Irgendwie wird da immer nur Fleisch gemacht. Das da. Ich kann jetzt nicht. Ich muss hier machen. Ich hör schon, der PC ist kaputt. Es geht nicht anders. Ja ja, PC ist kaputt, ich weiß. Ja, ich habe kein Geld zum Aufrüsten tatsächlich. Ach komm, ich habe Hunger, ich wollte was essen, was soll denn das? Ei, 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 hier ist jemand zum Reden, boah, das ist lahm Arschig hier, blablablabla, blablabla, blablabla. So, reden, yo, gibt Geld, Lailani, blablabla. 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 So, wir gehen zurück, gehen einmal arbeiten ganz schnell, äh, hier für 55, äh, essen, 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 äh, äh, kommentare moderieren, oh, die Musik gefällt mir gerade im Hintergrund, äh, das, 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 so, Nummer eins, auf einmal starten, äh, das, 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 und, das, das, ränder hochladen ganz kurz schlafen und dann gleich das nächste video aufnehmen kommentare lasse ich jetzt einfach mal eine ruhe das hier war das noch das du Boah, richtig schön in dieses Gitarren, so geil. Ähm... Das da. Das da. Das, 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 das. Rändern, akzeptieren. Das, 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 das. Ich muss den Kurs mal weitermachen. So. Ja, da müssen wir noch ein bisschen ansammeln. Boah. Boah, die Musik. Babamäßig. Einfach nur geil. Boah. 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 Ich. Ähm... Wo hab ich das? nehmen. Geht nicht anders. Nehmen wir das. Und hier nehmen wir das. So. Das. 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 Und das. Ähm. Das. Und das. Das. Genau. Ähm. Essen. Mhm. Mhm. Essen. Essen. Und noch was essen. Mhm. Zum Glück habe ich unendlich Brot im Kühlschrank. Mhm. Mhm. Kochtipps. Äh. So. 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 Das da. Und das da. Du 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 du. So. Genau. So. So. Hochlohde. So. 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 Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bleibt entspannt. Nächsten Tag. Bye. Bye.